Hallo zusammen, hier ist wieder heute La und schau euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute so einen kleinen Mountguide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir hier im Patch 10.07 bekommen können. Und zwar befinde ich mich gerade auf der mehr oder minder neuen Insel, die verbotene Insel. Und dort haben wir einige Rares. Und so wie ich das jetzt rausgelesen habe, können wir dieses Mount tatsächlich von all diesen Rares bekommen. Und zwar, ihr seht jetzt hier auf der Map haben wir zum Beispiel schon einen. Ich persönlich habe das Mount gekriegt von dem Rare, der hier unten ist, etwa die Koordinaten 4590. Und war mir da nicht ganz sicher, ob das der einzige ist, der das droppen kann. Aktuell ist die Datenlage jetzt noch nicht so ganz gut, da wir auf WoW-Head, wie ihr seht, bei dem Mount noch kein Lootverzeichnis haben. Aber, was wir mittlerweile schon haben, sind halt sehr viele Leute, die hier schreiben, von welchen Rares sie es bekommen haben. Und wenn ihr hier die Dinger ein bisschen durchlest, es sind quasi fast jeder Rare wird hier genannt, den es auf der Insel gibt. Dementsprechend gehe ich und auch viele andere hier in den Kommentaren davon aus, dass tatsächlich jeder Rare die Chance hat, es zu droppen. Ich habe jetzt gestern am ersten Tag etwa 10, 12 Rares umgehauen. Und heute beim ersten, den ich am zweiten Tag des Patches umgehauen habe, war direkt das Mount drin. Und viele schreiben das auch, dass sehr wenige Tries das Mount hatten. Es ist sogar so, dass man anscheinend, selbst wenn man das Mount schon gelernt hat und dann weiter Rares tötet, dementsprechend auch nochmal eine Chance hat, das zu bekommen. Einige haben auch davon berichtet, dass man dementsprechend das dann auch traden kann. Habe ich jetzt noch keine Erfahrung gemacht, weil ich es jetzt halt auch nur das erste Mal bis jetzt gekriegt habe. Scheint aber so, dass es nicht arg selten ist. Also ich würde jetzt mal schätzen, dass es irgendwas zwischen 1 und 10% liegt, vielleicht so 4, 5% rum. Kann ich mir ganz gut vorstellen, ja. Und dementsprechend, wenn ihr ein paar Rares farmt, habt ihr eine gute Chance, dementsprechend das Mount mit rauszukriegen. Sieht jetzt nicht so schick aus, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber ist halt auch wieder eins für die Sammlung mehr. Zum Ende schauen wir uns jetzt noch das Mount Special an. Und zwar, ja, fliegt hier so ein kleines, weiß gar nicht was das ist, irgend so ein Insekt rum und es schnappt er sich, sieht ganz nett aus. Der Gang des Viechs ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sage ich euch ganz ehrlich. Und ja, von diesen Salamanta Pads, oder Mounts besser gesagt, gab es ja schon anderes bei dem Händler über diese Währung. Und zwar war das jetzt hier dieser Inventare Überfluss. Also wenn ihr da noch so ein ähnliches Mount haben wollt, gibt es da auch nochmal eine andere Farbvariante. Ich glaube, das war so ein bisschen bläulich, genau. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, der eine oder andere hat dann noch bei den Rares Glück und kriegt auch sein schickes Mount raus. Und ja, schaut vielleicht mal drauf, wenn ihr es ein zweites Mal gedroppt kriegt, wenn ihr in der Gruppe seid. Vielleicht könnt ihr es ja traden und irgendwem anders auch nochmal eine Freude machen. Ich verabschiede mich an der Stelle, hat mich gefällt, dass ihr bei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.